Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir testen heute den nächsten SOMO für euch. Heute geht es um eine winterliche Sorte, den Bana-Syn. Solltet ihr euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Bana-Syn von SOMO. Heute mal keine Strong-Sorte, nachdem wir die letzten paar Mal ja eher die Strong-Sorten getestet haben. Falls ihr euch fragt, warum steht die Five hier vorne, vielleicht direkt vorne weg, wir rauchen gerade eine Dealer, weil wir gleich noch das Review fertig machen. Ich weiß nicht, was vorher kommt, aber schaut auf jeden Fall mal auf dem Channel vorbei, könnte schon online sein, falls euch die Pfeife gefällt. Aber Banana Cinnamon, also Banane und Zimt, wie gesagt, eher winterlich für uns, wäre jetzt nichts, was ich im Sommer rauchen würde. Wir blenden euch jetzt erstes mal den Kopfbau ein, wir rauchen das Ganze in dem SOMO-Setup mit dem SOMO-Slash-Hooker-John-Funnel, dann einfach lockerflockig gebaut erstmal, reingedrückt rundherum im Funnel, Alufolie drüber, bisschen Lochen, Sieb drauf, drei One Nation Kohlen, dann läuft das Ganze hervorragend, Schnitt und Feuchtigkeit geht klar, auf jeden Fall. Mittel bis feiner Schnitt, Feuchtigkeit sehr, sehr gut aufgenommen, definitiv keine überschüssige Molasse am Start, aber genug da, dass das Ganze ganz gut qualmt. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum Geruch und ich rauche mal ein bisschen, dann seht ihr noch, wie der Rauch so ist. Das erste, was einem wirklich so in die Nase steigt, ist auf jeden Fall so eine kranke Zimtnote. Nicht krank im negativen Sinne, sondern eher schon so im, einfach nur weil es so intensiv ist, gepaart mit so einer etwas, ich würde eher sagen zermatschten Banane. Also es ist nicht so, als würde man gerade eine Banane aufpellen und dann auf einmal dran riechen, sondern eher so, als würde man mit der Gabel die Banane so ein bisschen zerdrücken, zerteilen. Riecht aber trotzdem sehr intensiv, hat aber irgendwas so leicht Kaugummi-mäßig. Also es ist nicht so wirklich so Bananen-Kaugummi, meiner Meinung nach. So vielleicht gepaart so ein Bananen-Kaugummi mit diesen typischen Red-Kaugummis, weil diese Zimtnote noch so dabei ist, aber es ist so leicht künstlich irgendwie. Also künstlich gebe ich dir recht, aber auf Kaugummi wäre ich im Leben nicht gekommen. Was mir als erstes in die Nase steigt, ist auf jeden Fall eine gute Zimtnote. Das ist ja oftmals das Problem, egal was ihr mit Zimt nicht. Zimt ist einfach so penetrant und intensiv, dass es meistens alles andere übertüncht. Es kommt aber noch eine ganz angenehme Banane mit auf jeden Fall. Für mich riecht das eigentlich 1 zu 1 wie so ein Müller-Milchreis mit Banane und Zimt. Das ist für mich so 1 zu 1 das, wonach das riecht. Und ich mache auch weiter mit dem Geschmack. Da ist das nämlich ganz genauso bei mir. Ich finde, es schmeckt einfach wie ein Banane-Zimt-Milchreis. Ihr habt diese cremige, milchige Note am Start. Vielleicht komme ich auch deswegen drauf. Aber schmeckt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Wäre jetzt höchstens was, was ich mir so, würde ich mir mal eine Dose von dem Winter holen. Aber ich glaube, dann reicht das mir auch wieder. Ist jetzt für mich einfach keine Sorte, die ich tagtäglich rauchen kann. Aber trotz, dass es eine cremige Note ist, was wir eigentlich nicht so mögen, finde ich ihn ziemlich nice. Ja, kommt auf jeden Fall beides ganz gut durch. Banane wieder ein bisschen im Hintergrund und Zimt immer noch im Vordergrund, aber nicht störend im Vordergrund. Bei mir ist es eigentlich identisch. Also ich würde auf jeden Fall sagen, so ja, beim Geschmack her kommt weiterhin die Zimtnote viel mehr durch als die Bananennote. Mit dem cremigen hast du auf jeden Fall recht. Und auch, dass ich mir den Tabak nicht so oft kaufen würde. Also ich glaube, das ist so, den kann man vielleicht innerhalb von drei Monaten dreimal rauchen oder vielleicht auch vier, fünf Mal. Aber für mich wird niemals die Frage kommen, dass ich mir sogar eine Dose hole. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht auf diesen Bananenzintgeschmack abfahre. Es gibt auf jeden Fall geile Zimtkombinationen, aber der gehört persönlich nicht dazu. Kurzer Einwurf. Wie findest du dir denn besonders unter dem Vorwand, dass wir eigentlich keinen cremigen Tabak mögen und es doch ein cremiger Tabak ist? Weil da muss ich sagen, holt er mich für einen cremigen Tabak noch ziemlich gut ab. Ja, genau das ist es eigentlich, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Für einen cremigen Tabak ist er auf jeden Fall doch erstaunlich gut und dafür würde ich dann erstaunlich oft rauchen. Weil ansonsten cremiger Tabak ist bei mir wirklich ein No-Go. Vielleicht noch so ein Frozen Joghurt, aber das ist dann halt auch schon das Höchste der Gefühle. Bei dem auf jeden Fall ganz anders. Es ist auf jeden Fall, diese cremige Note stört mich keineswegs. Also zu keinem Zeitpunkt, wo ich sagen würde, boah, cremig ist jetzt nicht so geil. Aber auch einfach deswegen, weil sie diese Zimtnote doch mehr im Vordergrund ist und die cremige Note eher so ein abschließendes Etwas ist. Von daher auf jeden Fall von mir für einen Banane Zimtabak müsste ich ihm jetzt die 9 Sterne geben, weil er doch ziemlich gut umgesetzt ist. Die cremige Note stört mich gar nicht so. Und ja, auch wenn ich den eventuell oder wahrscheinlich eher im Winter rauchen würde, ist er trotzdem sehr lecker. Ja, objektiv muss ich sagen, hat er auf jeden Fall 9 Sterne verdient. Das ist ein verdammt guter Banane Zimtabak. Er läuft super in dem Setup, lässt sich sehr gut rauchen. Also auf jeden Fall mega angenehm. Subjektiv würde ich dem Ganzen aber eher 6 Sterne geben, einfach weil das was für mich ist, was ich ganz, ganz selten rauchen würde und wie gesagt höchstens mal über Weihnachten mir eine Dose holen würde. Vielleicht sogar eher ein paar 50 Gramm Päckchen oder so ab und zu mal ein 20 Gramm Päckchen, wobei die gibt es ja nur in der Selection Line. Also ja, ab und zu mal ein 50 Gramm Päckchen würde klar gehen oder wenn ich wirklich mal Bock habe, über Weihnachten viel cremig zu rauchen, eventuell eine Dose. Aber ich glaube, bei uns gibt es einfach andere Sorten, die uns viel mehr abholen würden. Ich bin zum Beispiel im Moment total auf dem Somos Strongline Trip. Ich könnte die ganze Zeit Strong Orange und Strong Red und fast alle auch den Strong Lime und noch so viele mehr aus der Strongline rauchen. Und die sind für mich definitiv deutlich, deutlich geiler als der. Aber ich denke, objektiv 9 Sterne von uns beiden, da gibt es nichts zu diskutieren. Also 9 Sterne für den Somos Banana Cinnamon. Ein sehr solider Banane-Zimt-Tabak. Falls ihr auf sowas steht, holt ihr euch, glaube ich, definitiv ab. Falls wir euch abgeholt haben mit dem Review, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Review wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao. 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 Ciao.